Nochmal Ortega. Und er macht das 2 zu 0. Ja, er krönt eine eigentlich unglückliche Vorstellung. Viel war von ihm nicht zu sehen, ich hab's gerade gesagt, aber hier in der Schlussminute Ariel Ortega mit dem 2 zu 0. Also ein bisschen tun mir die Südafrikaner jetzt leid, muss ich sagen, denn das haben sie eigentlich nicht verdient mit dem 1 zu 0. Das wäre ein Ergebnis gewesen, das in Ordnung war, aber so wird's hier doch noch. 1 zu 0, das war auch die letzte Aktion in diesem Spiel. Ariel Ortega setzt den Schlusspunkt unter, naja, sagen wir mal, durchwachsene 90 Minuten. Die erste Halbzeit, darüber sollten wir nicht viel reden in der zweiten Hälfte. Da wurde es besser, vor allen Dingen aus Sicht der Gastgeber, der Argentinier, die zumindest angedeutet haben. Zu welchen...